Musik Hallo, ich bin die Hanna und eigentlich stand da jetzt die Martina, aber sie ist heute nicht da. Komisch. Was hat denn die da alles gerichtet? Schnittlauch, Radieschen, Kartoffeln. Martina, wo bist du denn? Ja, hallo Hanna, bist du schon da? Ja, schon lang. Ich habe schon gesehen, dass du da viel Gerichte hast aus Kochchenheim. Ja, heute haben wir das Thema Fisch und ich habe gerade den Fisch auch geholt von der Zelle. Ja, super, dann lass uns gleich loslegen. Genau. Ich habe mir gedacht, wir werden heute mal ein leckeres Gericht mit Fisch machen und zwar mit einem Saibling-Fidet. Dazu machen wir einen Kartoffel-Radieschen-Salat und noch eine leckere Schnittlauch-Soße. Super, klingt voll gut. Startbar. Dann gehe ich Hände waschen. Passt. Mit was starten wir? Wir starten gleich schon mit dem Fisch. Und zwar, siehst du da, haben wir ein ganz frisches Fischfilet, ein Saiblingsfilet. Wie erkenne ich einen Saibling? Wenn ich den umdrehe, dann sieht man beim Saibling, der hat ganz viele Punkte. Wie lustig, die sind alle gleich in der richtigen Reihe. Und wenn du mit dem Finger drüber fährst, dann spürt man auch schon keine Schuppen mehr. Na stimmt, alles glatt. Genau. Für den Küchlein müssen wir aber die Haut wegziehen. Und mit dem Sam starten wir jetzt, dass wir die Haut wegziehen und danach wird das Fischfleisch klein geschnitten. Okay. Für's wegschneiden brauchen wir ein ganz flexibles Messer. Und es ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz perfekt ist, weil wir brauchen hier ja nicht ein perfektes Filet, sondern das Filet lasse ich dir jetzt in kleine Würfeln schneiden. Okay. Nehmen wir für's auch das wache Messer? Nein, für's auch nehmen wir nicht das wache Messer, sondern wir nehmen ein Küchenmesser. Und damit dein Messer allm schön scharf bleibt, tust du auch schneiden, umdrehen und umschieben. Okay. Weil sonst hast du es irgendwann nicht mehr scharf und dann schneidest du es mit dem Fischgore nicht mehr. Okay. Perfekt, das schaut super aus. Das können wir jetzt gleich schon in die Schüssel geben. Mit der Hand? Ja. Und jetzt fallen noch die restlichen Zutaten für unsere Küchlein. Und zwar klein geschnittenen Lauch und klein geschnittene Selleriestange, ein paar Brotbrösel, zum Andünchten vom Gemüse ein Rapsöl und zum Verfeinern brauchen wir eine Mayonnaise und einen frisch geschnittenen Schnittlauch. Du tust dir jetzt die Hände waschen und ich röste in der Zwischenzeit das Gemüse an. Okay, passt gut. Du mach dich nah, wo kommt denn der Fisch eigentlich her? Du, das ist ein einheimischer Fisch. Und wo genau der jetzt herkommt, so schauen wir ihn zu. Ich bin der Jakob für die Sahner Forellenzucht und wir haben da in dem Teich drin verschiedene Fische, zwei Rottingen hauptsächlich, einmal die Forellen und einmal die Saiblinge. Die Saiblinge sind auch wie eleganter im Fleisch, wie saftiger wie die Forellen und werden auch viel verköcht und gern gegessen. Wenn ich es will, dann zeig ich ihn einmal an, wenn wir ihn kriegen. So, jetzt sind wir ganz anscheinend ane dabei. Man sieht, der da, das ist jetzt eine Weibel wahrscheinlich, weil die Mandler sind unten auch viel orangeer wie das da. Aber was die Saiblinge klassisch haben, sind die weißen Flossenränder. Das unterscheidet sich für die Forellen hauptsächlich. Das probieren wir nochmal, vielleicht finden wir einen Mandel ane. Das ist jetzt eine schöne Farbe, das ist jetzt schön orange unten auf, gell? Das kann man auch so, jetzt streicheltiere sind es nicht, aber man kann es schön angreifen. Das ist jetzt ein Mandel, so und den noch mit. Jetzt zeige ich euch als Vergleich noch einmal die Forellen. So, das sind jetzt Regenbogenforellen. Sieht man schon, die sind für die Farbherrschen ein bisschen anders. Sie sind alle wendiger wie die Saiblinge, muss man auch sagen. Und ich schaue noch so aus. Hoppla, der ist einmal weg. Vielleicht lässt sich der ja besser anschauen. Die schauen so aus, die umnahe die Flüsse nicht, dass ich weiß. Und ja, ich zeige halt Forellen, wie sie sein. Die leben nicht im Bauch. Im Bauch haben wir die Bachforellen und wir haben da die Regenbogenforellen. Ja, wichtig ist für die Fische, dass sie ein sauberes Wasser kriegen. Wir können den Insekts für die Talfach erhöhen. Das ist frisch und drinnen dann wieder in die Talfach zurück. Und wenn das zu warm wird oder zu lang steht, dann kriegen die Fische hauptsächlich auch die Saiblinge Probleme mit Pilzen und werden dann krank. Aber solange das schön frisch inrinnt, wie wir es da sehen, im Kanal, dann haben wir da keine Probleme. Perfekt schaut das aus. Und jetzt gehen wir in so einen frisch geschnittenen Schnittlauch dazu. Und dann kannst du auch schön innen rühren. Das schaut ein bisschen aus wie von der Oma der Gnädel-Tag. Genau, richtig. Leihfahrt ins das Gnädelbrot und wir holen einen leckeren Fisch mit drinnen. Genau. Gut. Dann schauen wir nochmal die Konsistenz an. Und noch ein paar Brösel. Und dann ist unsere Fischmasse perfekt. Du siehst, sie tut noch schön glänzen, hat eine schöne Feuchtigkeit, ist nicht zu drucken und sie lässt sich aber gut formen. Den stellen wir jetzt 30 Minuten in den Kühlschrank hinein und du wirst sehen, die Masse wird noch fester. Okay. Dann machst du das und ich wasche mir die Hände. Fast, gut. Wir nehmen dann die Hände, machen sie in der Schüssel drinnen ein bisschen nass. Und so wie du es von der Oma kennst, machen wir ganz locker Kugeln und drücken die dann schön flach. Okay, so machen wir. So, das ist das Letzte. Genau. Und jetzt geben wir die für 10 Minuten bei 180 Grad ins Backröhrl und dann sind die schon fertig. So schnell haben wir Fischküchlein gemacht. Wow, das ist ja echt schnell gegangen. Das ist ein kinderleichtes Rezept. Und bis wir da soweit sein, werden wir jetzt in Radieschen-Kartoffelsalat machen. Und was wir so immer alles brauchen, sind einmal gekochte Kartoffeln, Radieschen, eine Gemüsebrühe, ein Essig, dann haben wir da ein bisschen einen Senf, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Okay. So, und jetzt fällt ins Leino ein Dressing. Dafür nehmen wir eine Schüssel und so einen Quirrler. Der schaut lustig aus. Und dann geben wir nacheinander die Zutaten ein. Hm, schaut das gut aus. Gut, für die Schnittlauchsoße nehmen wir den restlichen Schnittlauch, den wir klein geschnitten haben. Wir dürfen das pfeffern, salzen und jetzt kannst du das mit Naturjoghurt zusammenrehen. Und das Fertige ist unsere Schnittlauchsoße. Und dann fallen gleich noch in unsere Fischküche. Und fertig ist unser Gerichtshand. Und zwar Säblingsfischkücheln mit einer Schnittlauchsoße und einem Kartoffelradieschensalat. Das schaut so gut aus. Einfach ein kleines Fisch. Lasst uns schmecken. Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal.